Musik Ehre, ich siege dich ab, ich mach den Haus kaputt, denn ich bin der Pimper heut Nacht. Ich sage Ehre, Ehre in Arsch, Ehre jeden Tag, ich sag Ehre in Arsch. Ich sage Ehre, Baby bist du da, ich hau dir aufs Maul und ich sage es jeden Tag, ich sage Ehre, Baby tonight. Yo! Was geht ab, Boys? Boys! Ich bin so euer Kalle Kuschinski, Anna. Ihr kennt mich vielleicht noch aus Filmen wie Ich Pimp Dein Haus, Bruder. Die Pimperfirma, die läuft weiter nebenbei. Ähm, also... Ich sag mal so, wir können da jetzt nicht von heute auf morgen den Laden dicht machen. Wisst ihr ja selber, wie das ist, ne? Geschäfte müssen laufen. Übrigens ist das schon die dritte Brille, die ich mir hier mittlerweile einverleiben muss. Naja, und wir haben als Hauspimper... Äh, wir haben hier... Bleib mal locker jetzt. Wir haben hier einen absoluten Sonderauftrag erhalten, verstehst du, wie ich meine? Wir sollen jetzt hier Sachen kaputt machen. Digga. Und ich sag mal so, ich bin Kaciu, der Kalle Kuschinski und ich zerstör dein Haus, Allah. Das ist ja voll die Minecraft-Grafik, Allah. So, warte mal, ähm... Gut. Also... Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist Home? Ich soll Homewalken. Kann ich hier baden gehen? Unnormal. Das sieht aber nicht ganz richtig aus, du. Hab ich schon irgendwie... Oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist mein Home, oder? Ich glaube, das ist mein Home schon. It's a homecoming, oder wohne ich hier oben? Brother, I don't know. Hallo? Ah, open the gate. Yes. Well. Hol den Objekt, ja, dann räumen wir mal kurz ein bisschen was zur Seite. Hau ruck, Alter. Oh. Und hier auch nochmal weg. Und hier auch nochmal weg. Und hier auch nochmal weg, Alter. Alter, richtig gezischt hat er seiner Puppertze. Pick up your tools. Yo, was ist das? Ein Feuerlöscher? Oh, F ist für Flashlight. Hast du den Extinguish? Habe ich als erstes. Dann habe ich die Spraycran. Die Spraycran. Die Spraycan. Und jetzt den Sledgehammer. Wie Triple H, ne? Beim Wrestling. Ach so, ich soll nach draußen gehen. Ich will einfach hier den Weg zerschlagen. Jo, ein Fab-Roll-Spender. Oder mal Fappen, Alter. Gut. Kann ich wie? Ich kann nicht hier richtig Vandalismus beschreiben. F-A-P. Das steht für Fab, Digga. Ordentlich wegfappen. Weißt du, was ich meine? Fab-Rolls. Ich mache hier noch so eine Fab-Rolle daneben. Cool. West Side. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Oh. Gut. Go inside and check Mr. Massage. Massage, Alter. Eine Massage könnte ich auch gut gebrauchen. Alter, der hält sowas aus. Hier ist mein Messages. Hey, Tracy. Gas Bill. Ey, was ist das für eine Language, Digga? Tracy ist meine Mutter, Alter? Normal, unbelohnt. Wirklich. Ich dachte, ich kann die Tracy nachher noch wegmachen. Aber wenn das meine Mutter ist, dann geht das nicht. I have a slight problem with an old building blocking our plans for a new thing and I need someone to knock it over. I need it gone by tomorrow and I'd even be winning to pay more than a standard rail for some extra discretion a la... Äh... Lückele. So, also. Dann gehen wir jetzt mal hin zur Mission. Play the Mission. The old building problem. Ah, erst mal das Auto verprügeln. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Oh. Okay, ich kann hier die Wände zerreißen, brother. Highly explosive Propan-Gas? Wow! Und zack! Der hält ordentlich aus. Oh, das brennt! Das brennt! Ist ja unnormal. We don't need no fire! Let that mother f***er burn! Burn, mother f***er! Burn! Achso, dann müssen wir dann irgendwie so ein Delfin-Geräusch hinmachen oder so, ne? Sonst kommt wieder die Gamer oder wie die heißt. Use your extinction and put out the fires. Nö. Will ich nicht. Wir lassen das jetzt hier mal schön brennen. Gut, ich würde sagen, wir hauen noch einen raus. Alter! Brother! Ist ja mega nice. So, jetzt hier noch einen in den in den, äh... Wie nennt man das? Schornstein. Hä? Wie kann das sein? Der Schornstein ist doch ab, Alter! So, wir gucken uns das jetzt mal ganz in Ruhe an. Ich hol mir in der Zwischenzeit nochmal einen Kaffee. Gut, das Ding ist jetzt ordentlich abgebrannt, wa? Ist abgebrannt, aber irgendwie, irgendwie ist es immer noch ganz. So. Aha! Kann ich hier irgendwie so ein Auto nehmen oder was? Das ist irgendwie kaputt fahren. Jo, ich kann das nehmen! Unnormale Belohnung! Abfahrt! Oh! Oh, sorry! Alter, was macht das Haus? Yeah! Mission accomplished! Get to the Cape... We-we-we-cash, Alter! Wir haben den Arbeitsplatz auf jeden Fall gut hinterlassen. Ähm... Call me on my cell phone! Weißt du, wie ich mein? Dann mach ich auch euer Laden plat. Oh! Alarm! Halt's Maul, Digga! Lost in Space! Was soll ich denn jetzt machen? Achso, ich bin jetzt Demolisher. Alter, hab ich eine geile Karre hier stehen? Hey, das Ding wird irgendwie nicht heile. Ich kann Training machen! Ähm... Irgendjemand hat das Laufband kaputt, gimme her! Das war ich! Das war ich! So, dann... Oh, what a morning! Shouldn't have taken that job! I knew something wasn't right! That building was under cultural heritage prediction and the demolition is now part of a criminal investigation. Mrs. Äh... Teddyman! And the police just sent me this photo! Äh... Alla, nice photo of me in my car, Bruder! Voila! Das ist da irre in den ass! In den Arsch! So! Verstehst du, was ich mein, Mutter? Hey, Tracy! Mom! Sorry, egal jetzt! Oh, he's a Teddyman! Yeah! Yeah! Ha 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 ha! Just so you know, I don't usually do this, but I'm stuck in a case and I feel like I should try something new! I've investigated Lawrence Lee Jr. over tax evasion for months now! But he had so many friends in town! Oh, then I can get a warrant! Da 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 da! How about you use your skills to party? I think my brain just committed suicide! Abfahrt! So! The Lee Computers! Play the mission! The Lee Computers! Achso, wenn ich tab, toggle dann die Objectives! Ich würde erstmal gucken, was wir hier so haben! Da steht ein Bracker! Hier steht ein Auto! Ich hätte gern die explosiven Sachen! Ehrlich! Oh! Ich wollte die Tür aufmachen! Oh, hier sind die Gas-Dinger! Ich sag mal so! Ist hier mal da? Ist der Computer da, oder was? Versuchen wir mal, die Tür wegzumachen, oder nicht? Ich glaub, die Tür ist jetzt auf! Wenn ihr auch mal jemanden braucht, der bei euch irgendwie... Ihr habt die... Ich denke mal, jeder kennt das Problem! Ihr habt einen Schlüssel zu Hause liegen lassen, oder verloren! Man ruft den Koschinski an! Nummer ist hier eingeblendet, ne? Ich mach die Tür auf! Gar kein Problem! 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 Ich muss sagen, das Spiel macht echt irgendwie Bock! Weil man irgendwie richtig Aggressions rauslassen kann! Aber wir gucken nochmal, ob hier irgendwelche Valuables sind! Aha! 15 Euro-Dollar für das! Ist so ein bisschen so eine Mischung aus Thief und Fab-Simulator! Äh, Hausflipper! Weißt du schon, wie ich mein, ne? Die Leute müssen immer wissen, wer da war! Versteht ihr, wie ich mein? Wir sind hier, die Kings im Block! Alla! Den würde ich auch gerne kaputt machen! Oh, wir brauchen was zum Explodieren! Weißt du, wie ich mein? Oh ja! Hier sind die Gaskartuschen, die wir gesucht haben! Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, wofür die FAP stehen soll! Voll Ast rein! Brothers! Ja, das war scheiße, ich weiß! Aber ihr habt bestimmt bessere Vorschläge, oder? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! 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 Wenn wir gleich noch einen kriegen, dann wäre es unnormal mir lohnt! Und zack! Das hält wie drei Wettertaft, ne? Besser sogar! Au! Wie wir so ganze Schränke wegräumen, wir sind so strong! Hier, mach mal ein Bizeps ordentlich groß! Ah, ah, ah! Da haben wir wieder Valuables gefunden! Mal kennt es! Oh, guck mal! Da hinten ist richtig Ruhmanlage! Die wir richtig zum Defeaten bringen könnten! Was ist hier eigentlich los? Alter, ich kann einen Kran fahren? Geil, Digga! Hier sind auf jeden Fall Gaskanister, das ist nice! Jo, gib mal mal den, äh, den Computer! Kann ich jetzt da hochlaufen? Das wäre so smart von mir! Ja! Alter! Ich bin der schlaueste Mensch dieser Erde wahrscheinlich! Look at me! Look how I fixed this problem! If you want a, äh, very good, äh... Das muss jetzt ein präziser Schuss sein, ne? Alter, das gib mir doch nicht! Und hau ruck! Scheiße! So, jetzt aber! Und... Schiss! Ey, jetzt ist das diese Kackstrebe! Ey, das ist so un... So, Platzer! Upsala! So! Ja, ja! Ja, ja, ja! Bleibt gespannt bis zur letzten Sekunde hier! Hä? Was ist das für ein Zaubermast? Bin ich wütend! Ha! Sauf ab, Brother! Ja, guck's dir an hier! Was ist das hier? Galileo Mystery, ruf mal an! Ist doch scheiße! Gut, dann hauen wir ab! Mal sehen, was morgen in den Nachrichten kommt! Ja, oh! Ist das genau das Loch, was ich gemacht hab? Hit and run, no fun for Leo! Son! 5, 5, 5... Oh, jetzt ist die Nummer weg! Gut! Ähm... Ja, Leute! Wenn ihr auch findet, dass Kalle Kuschinski euer Astreiner Hauspimper nochmal ein bisschen weiter pimpen soll hier in dem Game, dann gebt mal einen Daumen nach oben, schreibt's in die Comments und abonniert den Bums hier! Versteht ihr, wie ich mein? Ansonsten... See you later, Alligator! Brothers from another mother! Äh... Und raus! Das ist die Burgess 부러lei Wirklichkeit von Kuschinski cehle, oder? Ja, Mann langsam auch doch mal ein paar Einmal Lady Abonniert den Bums ich Aus des